5 Sekunden remain Halli hallo Hallöchen Da sind wir wieder und Ich versuch's mal mit A A oder nicht Die Frage ist halt wäre Maiden besser durch den Lockdown Rampage, kenn ich den nicht irgendwoher? Auf jeden Fall kenn ich die Schrift irgendwoher Ich denke und 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 2.30 Uhr So, hatte ich schon ausgewählt? Eigentlich nicht, ne? Scepter Und Area Damage, ja Okay, ne, ich muss ein bisschen... Kleiner... Jules? Jules? Doch, Jules! Natürlich Jules! So, Omni-Safe, ja, Klinks... Raid ging auflädt! 2.1 Okay Darauf gewörtet, dass Klinks da ist Hm... Noch ne Kleinigkeit Omni, achso, Omni ist hier, okay Das ist ein Arschloch Oh, wasser Mann Oh, vielleicht hätte ich hier mal den Mana Drains zuerst nehmen sollen. Ja, ich hätte definitiv den Mana Drains vornehmen sollen. Risking DC, okay. Kann ich mal fragen. Kostet mich zehnmal nach einer Abklingzeit von 16. Das heißt, ich muss in guten Positionen stehen. Ja, vielleicht auch nicht das Blödeste. So. Blink. 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 Was ist das schönste? Keine Party. Ich spiele nicht mit Parties. Was ist das Schöne? Ich bin schon. 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 Aber. Wenn nicht jetzt. Dann. Man muss das hier raus. Also von da her. Ja. Hm. Tada. 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 Aufpassen. Das ist nicht immer so Pushe. Ich würde mal behaupten, das war kein Last Hit. Hm. 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 Okay. Okay. Ob und. Nein. Ah. Falsche Taste. Hm. Hm. Ich habe leider nichts mehr. Hm. 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 Ich hab eine Spitzung. So, kriege ich in Bis dann auf den guten Omni Oh Das ist nicht gut Wow Okay Okay Junge, Junge Oh, Omni hat beide geholt Das wäre natürlich nicht gut Das ist ein bisschen ärgerlich Hmm Hahaha Das ist Magic Resistance Das ist die Gute, die ich find Hoppla, nicht gut, ich bin tot. So, dann stirb allein. Auch scheißegal. So, dann wollen wir mal sehen. Ich kann, oh. Hoppla. Hm. So, Bordtower haben wir, sie sind zu dritt da. Oh, hell yeah. Ah, ah. Dang it. Natürlich, Guardian Angels. Ich hätte stecken können, ich hätte johrt. Wow, 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 wow. Was war das? Ich bin nur getäuscht. Okay. Okay. Oh, da ist eine Ursa. Da. Oh. Oh. Junge, 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 Junge. Das läuft nicht wie geplant. Komm schon. Ja. Das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Oh, da ist eine Aufgabe. Oh, da ist eine Aufgabe. Warum? Warum? Fuck, man. Ah, warum läuft der da hin? Oh, hell yes. Hm. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich kann nicht mit mir! Ich kann nicht! Verrally! Warum nicht? Ja! Ich mach mal ein Level 6, hat ja! Mhm! Ich weiß nicht nicht, dass ich mich wieder hier einzubinden. Esau das in die Tür in die Tür. So, ich habe meine Finger-Ready. Okay, Kling's fared. Okay, Kling's fared. Oh, hell yes. Ah, war wieder Invis. Okay. 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 Nicht mit Leben. Okay. Okay. Ah, fuck. Oh, fuck. Okay. 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 Come schon. Okay. 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 Let's go back. Okay. 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 Sikai, ihr Illusions, Sikai. Shut up motherfucker, shut up motherfucker. Move this fucking Illusions. Opsa. Boah, fuck man. Ist das ein Witz, oder wie? Okay, da ist eine Haste. Ja, lang genug beschäftigt. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht habe ich auch Pech und Klinks steht da. Je nachdem. Ist immer die Frage. Irgendwas ist da. Bisschen verbockt. Ah, komm. Oh. Da ist ein Ursa. Dem sollte ich, wenn der merkt, dass er was gesehen hat. Kommt das Sikai, okay. Okay. Hm, 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 hm. Ähm, oh. Wäre mal gut, wenn ich den vielen Dank nicht gedacht, dass er so dabei anscheinend spinne. Ah, da ist die haben ihr glaubst. Ja, da ist da ist ne le ist Ops. Hoppla. Sorry. Kann nichts machen. Jetzt hab ich ein Problem. Wenn ich den Stun ab würde ich behaupten. Oh. Was ein Glück ey. Junge Junge. Kann ich den irgendwie Mana absaugen. Lass mich mal zum Mana drain dahin. Na verdammt. Alles umgebracht. Okay. Mein Plan ja ein anderer. Alles klar. Ist mir alles erledigt. Okay. Cool. Okay. Hoppla. Ah. Slow. 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 Saugen. 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 Mana drain. Mana drain. Mana drain. Mana drain. Mana drain. Mana drain. Hm. Okay. Warte, könnte ich eventuell... Guck mal einer an. Nope. Nein! Wer hat mich denn jetzt... Klingt, dieser Drecksau. Den hab ich gar nicht gesehen. Schade. Kein... Fingerbath. 1,39. Naja. Haha. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sicher ist sicher. Ich muss ja noch ein paar davon setzen. Ah. Bisschen dämlich. Aber ich wollte unbedingt den Ward noch setzen. Ah, klingt's mal wieder. Den hätte ich... Ich hätte Sentries mitnehmen sollen. Ich hätte Sentries mitnehmen sollen. Nein, im März einer fehlt mir. Ah, den krieg ich auch so. In einem normalen Game krieg ich die auch so. Okay. Gegen Legend. Hm. Null. Okay. Nix. Hat mich georben. Hm. 15 Assists. Ich weiß nicht. Irgendwie... Im richtigen Moment hab ich die Stunts gebracht. Das... Das könnte man argumentieren, ja. Ähm. CK mit 8000 Hero Damage. Wobei ich dann 6000 hatte. Wobei ich jetzt eigentlich Damage da. Finger. Broommeister. Broommeister. Klingt's tatsächlich. Was ich jetzt noch gucken wollte, war... Nexturation. Okay. Hexe hatte ich doch. Hm. Ich hab schon mal Finger auf. Das Kills. Okay. Das ist was anderes. Da brauch ich noch ein paar. Hm. Aber die Hexe duration ist... Ähm. Naja. Who cares. Ähm. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Tschau.